Und auch ein herzliches Willkommen zur zweiten Bundesliga-Prognose. Falls ihr die erste Bundesliga-Prognose des vierten Spieltags verpasst habt, gar keinen Stress, ihr könnt rüberjumpen, euch das Video anschauen, zurückkommen und dann die zweite Liga genießen. Und damit würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit, machen wir es so schnell wie möglich, geben wir unsere Tipps ab, die eben immer falsch sind. Auf zu Kreuter Fürth. Kreuter Fürth gegen Wien Wiesbaden. Ja, und für Wien Wiesbaden geht weiterhin diese miserable Saison weiter, auch wenn man überraschenderweise 3-0 zur Halbzeit geführt hat gegen VfL Bochum, musste man am Ende auch nur einen Punkt mitnehmen. Interessante Partie gewesen jetzt. Kreuter Fürth auswärts, sieht auch nicht so gut aus, letzte Begegnung 2009. Die ein oder anderen werden Sandro Schwarz, ja, man höre, Sandro Schwarz, an der Seite der Vierter vielleicht gekannt haben. Und in sechs Pflichtspielen zwischen Kreuter Fürth und Wien Wiesbaden sah es auch eher pro Kreuter Fürth aus. Drei Siege, drei Unentschieden, noch kein Sieg für die Wiesbadener. Und ich gehe auch mit einem Sieg für Kreuter Fürth. Ich glaube, Wien Wiesbaden ist momentan ein bisschen zu schwach für die zweite Bundesliga. Ein 2-0 für mich am ersten, im ersten Spiel. Für mich ist das nächste Spiel auch ziemlich spannend. Der drittplatzierte gegen den zehnplatzierten KSC zu Hause gegen SV Sandhausen. SV Sandhausen hat richtig gut gepunkt in letzter Zeit, eher weniger KSC. Der hat mit Unentschieden und Verlusten, ja, ist er auf Platz 10 abgerutscht. Nichtsdestotrotz, es bleibt eine super Partie, finde ich. Und die Statistik ist eigentlich auch recht neutral. Drei Siege für den KSC, drei Siege für den SV und drei Remis gab es. Für mich das vierte Remis in diesem Spiel. Ich hoffe aber trotzdem, so ein torreiches 2-2 wäre immer noch top. Hannover 96, was machen wir bloß mit dir? Zu Hause gegen Armini Bielefeld sieht das auch nicht wirklich sehr lecker aus. Die letzten acht Partien konnte Armini Bielefeld nicht verlieren gegen Hannover. Zwei Siege und sechs Unentschieden. Und jetzt haltet euch fest, der letzte Heimsieg für Hannover 96 liegt 19 Jahre zurück im Jahre 2000. Auch in der zweiten Bundesliga konnte man mit 4-2 gewinnen. Ich hoffe trotzdem, Hannover kriegt noch die Wende. Man ist fünf Punkte hinter dem Relegationsplatz momentan und drei Punkte würden ziemlich gut tun. Und von daher 2-1 für mich in diesem Spiel für Hannover. Ja, die Tabellennachbarn aus dem letzten Jahr sind Tabellennachbarn auch eigentlich in diesem Jahr. Die Rede ist von FC Heidenheim gegen Holstein Kiel. Beide fünf Punkte aus fünf Spielen nicht wirklich gut. Und letztes Jahr waren man fünfter und sechster, also auch nah beieinander. Und die Störche haben eigentlich auch noch nie in der zweiten Bundesliga gegen Heidenheim verloren. Zwei Siege, zwei Remis. Ja, sieht auch eigentlich alles gut aus. Von daher gibt es für mich auch in diesem Spiel eigentlich ein X. Und schau mal weiter einfach. Lange, lange, lange ist es her. Jan Regensburg gegen VfB Stuttgart. Wie lange hat euch erst 42 Jahre? 1977. Damals 8 zu 0. Sieger hieß VfB Stuttgart. Ein Wiedersehen gibt es. Hamadi, der Stürmer von Stuttgart, der sieht seine alten Arbeitgeber. Ja, und so groß spekulieren kann man da nicht, als dass der VfB drei Punkte braucht. Wie gesagt, in jedem Spiel drei Punkte, um aufzusteigen. Und da darf Jan Regensburg auch keine zu allzu große Hürde sein. Ausrufezeichen. Komma. Punkt. Ist gleich. 0 zu 2 für VfB Stuttgart. Wenn man am Böllenfall-Tor ist, dann ist die Rede von Darmstadt 98. Ich weiß nicht, warum 96 mein Head war. Aber die empfangen zu Hause den 1. FC N. Und zu Hause am schönsten 6 der von 33 Pflichtspielen gegen FC Nürnberg. Hat man zu Hause gewonnen. Noch nie in Nürnberg. Und das letzte Spiel der beiden war 2017 ein 4 zu 3. Richtig spektakulär. Mag man meinen. Und ja, für Nürnberg heißt es mit 7 Punkten, 3 Zähler und man ist wieder oben mit dabei. Ihr habt auf jeden Fall einen Sympathisant mit mir gewonnen. Und deswegen gebe ich euch die 3 Punkte. So einfach ist es hier. Ja, 2 zu 1 für mich FC Nürnberg gegen Darmstadt. Ob es am Ende stimmt oder nicht, kein Plan. Das nächste Sorgenkind an der Kastrober Straße ist VfL Bochum. Und ja, was geht da ab eigentlich? Vorletzter. 2 Punkte. Und man hatte jegliche Ziele, glaube ich, erstmal vom Tisch wischen müssen. Denn diese Saison lief, glaube ich, gar nicht so wie geplant. Und jetzt heißt es gegen Dynamo Dresden. Und obwohl Dynamo Dresden eigentlich nur 5 Siege aus den letzten 22 Pflichtspielen gegen den VfL holen konnte, waren die letzten 3 Partien mit 7 Punkten schon gut unterm Strich eigentlich für Dynamo Dresden. Also, noch nicht verloren in den letzten 3 Spielen. Der letzte Sieg für VfL Bochum war 2017 mit einem 3 zu 2. Und jetzt zu Hause muss es endlich mal krachen. Liebe Leute, liebe Bochumer. Also, wenn ich jetzt wandern und Dynamo Dresden ist, glaube ich, der perfekte Gegner dafür. Der erste Sieg oder, ja, gebe ich euch, ich wünsche euch echt einen Sieg. Ein Sieg für euch zu Hause gegen Dynamo Dresden. Ein schönes 3 zu 1 und dann freuen wir uns alle. Erzgebirge Aure gegen VfL Osnabrück. Osnabrück, ja, der Vierte gegen den Sechsten. Und die letzten 4 Spiele zwischen den 2 hat VfL Osnabrück alle gewinnen können. Also, ziemlich top. Man startet auch diese Saison, finde ich, ziemlich gut von beiden Mannschaften. Schön gepunktet. Ja, in diesem Spiel war ich jetzt von vornherein auch wirklich nach X aus. Ich sehe die beiden momentan so eher auf Augenhöhe und gehe wieder ein schönes 1 zu 1. Tore von beiden Seiten und hoffentlich auch dann alle zufrieden. Und das Spiel der Spiele am Montag auch noch. Oh mein Gott, Montagabend, Flutlicht und Hamburg versammelt sich an einem Platz am Millern-Tor. St. Pauli gegen Hamburger SV. Es ist Derby, Leute. Ich bin vor Ort, freue mich riesig, die Stimmen nach dem Spiel einzufangen. Aber man muss sagen, ziemlich einseitige Begegnung. St. Pauli hat zu Hause noch nie im Probifußball gegen Hamburger SV gewinnen können. Haltet euch fest, 4 Remis und 5 Niederlagen. Ja, die Messlatte steht schon ziemlich hoch beim HSV. Man steht an erster Stelle, man möchte weiter mit hoch. Und letztes Jahr gab es auch schon einen richtig Klatscher eigentlich. Mit 4 zu 0 am Millern-Tor konnte sich der HSV auch schön richtig verabschieden. Allerdings ist er nicht aufgestiegen und dieses Jahr will er es besser machen. Klar, 4 zu 0 kann man ruhig gerne anknüpfen. Und ich sehe auch aus, wo wirklich momentan als Favoriten Derbys, aber Derby. Und irgendwie sehe ich den auch, möchte ich den VfB irgendwie auch auf 1. Platz sehen. Deswegen, warum? Ja, tippen wir. Leute, das ist einfach hier Glücksspiel. Glücksspiel pur. Tippen wir, nicht jetzt mit Glücksspiel, aber tippen wir in diesem Video mal auf St. Pauli. Warum nicht? Es gibt immer ein erstes Mal, auch du hast ein erstes Mal gehabt. Wenn nicht mit 40, dann mit 41 mit der schönen Nachbarstochter. Ja, St. Pauli gewinnt das Ding in einem spektakulären 2 zu 1. Genug aber mit dem Mist. Ihr seid jetzt wieder dran natürlich in den Kommentaren. Lasst raus. War ich mit St. Pauli gut dabei oder habe ich mich spekuliert beim Ganzen? Eure Meinung zählt in die Kommentare. Und falls, wie gesagt, ihr es von der 1. Liga noch nicht gesehen habt, die Prognose könnt ihr gerne rüber swipen, rüber schalten, rüber jumpen oder was auch immer. Und wir sehen uns nächste Woche, Leute, bei den nächsten Prognosen. Bis dahin bleibt fit, euer Ahmed. Und die Interviews natürlich am Wochenende. Peace out. Bis dahin bleibt.